Fliegt ja schon so komisch das Vieh über mich drüber oder was? So ein Rochen. Ah, jetzt kann ich beitreten. F muss ich drücken und dann kommt da ein Laser quasi wie bei No Man's Guide. Dann kannst du demontieren. Das ist halt überfordert. Ja, manche auch. Warte, wo bist du? Muss ich jetzt erstmal zu dir laufen oder was? Ja, da bist du auch direkt. Ach so, ja. Gott, da gehen direkt irgendwelche Viecher auf dich los oder was? Ey, lass mich in Ruhe. Was muss ich machen? Was kann ich machen, um mich zu verteidigen? Tab und dann musst du diesen Elektroschocker in deine Hände nehmen. Ich habe den Alienpanzer aufgehoben. Total hart oder was? Du wirst direkt von so Viechern eingegriffen und du bringst sie direkt zu mir. Und die redet immer weiter. Ich check gar nichts. Also wir können damit eh einsammeln. Und das Inventar ist auch nicht wirklich groß. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir genau brauchen. Wo kommt das Inventar? Ist das Tab oder was? Ja. Äh, äh. Sehe ich's? Dann scannen. Lol. Okay. Ach so, dann steckt er gleich wieder weg. Okay. Toll, wir haben Blätter. Ja, ich hab zwei Blätter wahrscheinlich schon viele brauchen. Wofür? Mal eine andere Frage. Wo ist denn die Landekapsel? Die sollen wir doch irgendwie demontieren, habe ich irgendwas gelesen. Die habe ich demontiert. Ach so. Da oben kommt totales riesiges Flugzeug, oder was? Der rauchen, aber was? Ja. Das kranke Viech, oder was? Alter, das schießt auf mich, das Viech. Was? Was für ein Viech? Der rauchen? Ne. Alter, das ist total feindlich hier, die Umgebung, oder was? Und hier soll man Planeten aufbauen. Was ist mit dem? Hast du deinen Elektroschock in der Hand? Naja. Hier aufheben. Ich hab jetzt Elternorgane aufgesammelt. Ja. Okay. Ach so ein Arschloch. Wir sollen jetzt hier... Wir sollen jetzt die Welt bevölkern, oder was? Total die Opfer. Wir werden von allem direkt irgendwie abgestraft. Okay, warte mal. Ähm... Kann ich dieses Werkzeug... Hier sind so kleine gelbe Blumen. Die kannst du auch einsammeln. Warte mal. Was soll denn das machen? Ich hab nicht die Idee. Drücke C um nach Ressourcenvorkommens suchen. Hold it to gather resources from Deposits. Eisenerz benötigst du für die Fertigung. Okay, warte. Also C scannen. Ja, dann zeigt es mir überall irgendwelche Kreischen an. Aber was da ist, zeigt es mir nicht an. Ja, oben siehst du das. Im Kompass oben, wenn du dann hingehst, drauf zu gehst. Also zumindest, dass da eben was ist. Da laufen wir mal hin, 200 Meter. E zum Aufheben von grüne Elektroschnecke. Was ist ne Elektroschnecke? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ne Stromquelle oder so. Die Kristallengehäuse dieser Halbschnecke erscheinen schwache potenzielle Energie abzugeben. Weitere Analyse. Kristall erforderlich zur Abstimmung der Anwendung. Alter, was ist das so ein Viech? Was? Das ist da drüben totales Arschlochviech. Das ist ein Elefantenviech. Ja, guck mal den Kopf an vorne. Ja. Was ist los mit dem? Oh mein Gott. Ja, wo ist jetzt das Scheißerz? Muss ich jetzt wieder scannen, oder was? Hier voraus. Da unten sind Dinge gar nicht da runter. Krieg ich Falldamage. Wahrscheinlich so. Krieg ich Falldamage? Nee. Diese Steine. Ah, das ist schon ein Wichseviech wieder. Nimm du mal das. Ich hab schon so einen Panzer von denen. Was machst du? Eisenharz abbauen. Ach, das ist hier überall, oder was? Ah, okay. Ich hab gedacht nur an diesen Steinhaufen. Aber meine Gesundheit ist schon ein bisschen im Arsch. Ja, wenn du dich halt mit den Viechern anlegst. Gesundheit. Warte mal, können wir essen? So Nüsse? Kann gegessen werden, um ein halbes Gesundheitssegment wieder herzustellen. Musst du Nüsse einsammeln. Kann ich dir die geben? Ich kann dir die geben. Komm mal her. Wo bist du? Diese Pärin Nuss? Ja. Habe ich selber. Ja, dann erst mal eine. Ein Spieler ist im Weg, hä? Bin ich im Weg, oder was? Oh Gott, dann bin ich selber im Weg! Alter! Okay, das ist mega riesig. Ich weiß gar nicht jetzt, weil dieses Ding in der Mitte ist, ob das so toll ist, hier zu bauen. Ich baue es mal hier hin, oder? Siehst du das, wo ich es hab? Ja, ja. So hier, oder? Keine Ahnung, mach halt einfach mal. Ich weiß es nicht. Linke Maustaste bauen. Drücke E. Okay. Werkbank. Eisenbarren kann man jetzt craften, okay. Kosten eins. Eisenplatte. Eisenstange. Eine Werkbank wird man als erstes wahrscheinlich erstmal brauchen. Ah! 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 Muss ich die jetzt nah dran bauen, oder weit weg, oder? Warte mal. Weiß ich nicht. Ich hab jetzt hier bei dem Biomassebrenner habe ich Blätter reingetan. Was für ein Biomassebrenner? Da hinten. Der, was hier hinten ist, der ist durch das Upgrade auch gekommen. Okay. Ja, deswegen meine ich jetzt, mach jetzt mal nicht alles irgendwie komplett durch, oder? Wir checken gar nichts. Ich baue jetzt mal eine Werkbank hier irgendwo hin. Da können wir jetzt dann auch was bauen. Drücke E zum Konfigurieren. Wähle ein Rezept in der Liste. Ach nein, toll. Das ist... Das ist... Okay, gut. Das ist genau das gleiche nochmal, aber zumindest mal. Also scheinbar haben wir noch keinen Verbrauch. Was heißt Verbrauch? Weil ich hab jetzt die Blätter rein. Ich hab jetzt die Blätter rein in den Biomassebrenner. Da ist... Äh... Die gehen aber nicht runter. Der läuft aber. Also ich geh mal davon aus, dass wir einfach noch nichts verbrauchen. Dass wenn wir dann Sachen laufen lassen... Äh... Dass wir dann... Dass wir das dann immer wieder auffüllen müssen. Als Energie, oder was? Energie. Ja, jetzt schätze ich mal, oder? Ja, könnte schon sein. Guck's einfach mal rein. Was ist das, was du da gerade hingebaut hast? Eine zweite Werkbank, dass wir parallel arbeiten können. Ausrüstungswerkstatt. Haben wir jetzt hier drinnen eine Ausrüstungswerkstatt schon? Kupfererz. Wir müssen nochmal so Kupfererz besorgen, auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt Eisenerz, oder was? Ach so. Wo ist Kupfererz? Eine Ahnung. Werkbank, Ausrüstung, Schmelzerei. Schmilzt Erz zu Barren. Das braucht 4 MW. Kosten. Also diese Stromeinheit, wenn ich eine Schmelzerei mache. Ja, ja, okay. Ist das eine Schmelzerei? Nee, das ist Energie. Das ist Energie, ja. Und du, wenn du sagst, wie du sagst, das braucht 4 MW. Und das Ding produziert MW. Ja, also ich brauche jetzt mal eine Schmelzerei. Wir brauchen, tun wir die eh. Ach, scheiße. Okay, da brauchen wir Draht. Wir kriegen wir Draht her. Draht. Ja, dazu brauchen wir Kupferbarren. Eisenstangen, Eisenplatten. Und Kupferbarren brauchst Kupfererz. Blütenblätter. Ja, jetzt ist die Frage. Jetzt, was packen wir mal hier rein? Ähm, was brauchen wir denn jetzt? Diesen Panzer? Weiß ich nicht. Ich packe jetzt mal. Dann habe ich raus. Ich habe hier, äh, Blütenblätternhaufen. Paleo, Bären. Blätter können wir hier mal reinlagern. Ich mache auch mal die Alienorgane rein. Nein, die Blätter kann ich doch, äh. Na, wieso geht das nicht? Ja, doch jetzt so. Grüne Elektrische. Die Blätter kann ich hinten in die Biomasse gedöhnt rein. Also wir müssen C gedrückt halten. Und dann suchst du, nach was du suchen willst. Ich suche jetzt quasi nach Kupfererz. Okay, wir haben hier Kupfererz. Nee, das ist gut. Ich lauf mal hin. 110 Meter. Ach so. Du musst einstellen, wonach einer das scannt quasi. Wo ist das? Ist das hier oder ist das oben? 163. 40 Meter. Und wie läuft das jetzt mit der Schmalzerei? Wo kommt ich hin? Ich hätte jetzt hier links neben die zweite Werkbank gestellt, oder? Oder was meinst du? Schmalzerei. Nein, Eisenstange wird benötigt. Oh Gott, da läuft gerade das fette Viech durch, oder was? Äh. Was? Ja, ich habe das. Eisenstange wird noch. Ich kann das dann bauen kurz. Ich wollte es halt, weil ich habe noch nichts gebaut. Ja, dann bau, dann musst du halt Eisenstange machen. Oder ich packe dir welche in den Lager rein. Nee, ich habe schon. Habe schon. Habe schon. Fünf braucht man, oder? Ich habe das Material. Okay, cool. Schmalzerei. Jetzt geht's. Stell ich sie direkt auch hier hin, oder? Ja, hätte ich gesagt. Wahrscheinlich bauen wir voll den Scheiß zusammen, oder? Ähm. Kann man das sowas umsetzen? Weil hier ist irgendwie so ein Eingangs-Ding. Ja, du kannst mit Q, ne mit F und dann mit drauf gehen und mit linke Maustaste gedrückt halten und dann baust du es wieder ab. Das sollte ich jetzt mal machen. Ja, wir sollten vielleicht nicht alles so total kompakt bauen. Baue es einfach mal ein bisschen auseinander. Ja, ja. Weil da gibt es halt so ein Eingangs-Ding und so ein Ausgangs-Ding und das will ich halt. Ich baue es da mal so hin jetzt, oder? Ja, wir lassen es einfach mal ein bisschen hier jetzt ausprobieren.